Musik Bei der Buchung eurer Flüge nach London solltet ihr darauf achten, dass ihr möglichst in Heathrow oder Gatwick landet und abfliegt. Wenn ihr mit einer der billigen Airlines wie Ryanair oder EasyJet fliegt, werdet ihr wohl in Stansted oder Luton landen. Dann dauert die Fahrt in die City deutlich länger und ist natürlich auch teurer. Ich habe bisher immer Heathrow genommen, da man gut und günstig mit der Tube ins Stadtzentrum kommt. Ich habe übrigens selber den Tipp gelesen, dass man beim Hinflug auf der rechten Seite sitzen sollte und dann meist eine tolle Aussicht auf die City hat. Und was soll ich sagen? Der Blick von meinem Fensterplatz auf der rechten Seite aus war tatsächlich unbezahlbar. Die Währung ist das britische Pfund und ich habe bei meiner ersten Reise nach London den Fehler gemacht, direkt am Flughafen am Automaten Bargeld abzuheben. Als ich dann festgestellt habe, welche Gebühr dafür abgerechnet wurde, bin ich blass geworden. Also hebt ihr besser in der Stadt Geld ab. Wenn ihr günstig essen möchtet, besucht ihr am besten einen der Märkte mit einer wahnsinnig vielfältigen Auswahl an Streetfood. Soll es einmal noch günstiger sein, so könnt ihr zum Beispiel auf den Meal Deal von Tesco zurückgreifen. Das ist eine weit verbreitete Supermarktkette und ihr erhaltet ein Sandwich oder Baguette, einen Snack und ein Getränk, die entsprechend mit dem gelben Meal Deal Symbol gekennzeichnet sind, für gerade einmal 3 Pfund. Günstiger geht es kaum. Mein Abendprogramm bestand mehrfach aus dem Besuch eines Musicals oder Theaterstücken. Und das geht recht günstig, wenn ihr keine hohen Ansprüche hinsichtlich der Sitzplätze habt. Eine Möglichkeit ist der TKTS Ticketshop am Leicester Square, wo ihr Resttickets für den gleichen Tag kaufen könnt. In der Nähe findet ihr auch etliche weitere Ticketshops. Allerdings bin ich mir hier nicht ganz sicher, ob die angegebenen Ersparnisse immer den Tatsachen entsprechen. Noch günstiger geht es zum Teil per Internet. Tickets für die Sitze ganz oben könnt ihr hier manchmal schon für unter 30 Pfund erstehen. Teilweise müsst ihr jedoch eine leicht eingeschränkte Sicht in Kauf nehmen und die Sitze sind sehr steil angeordnet. Ein echter Theaterklassiker ist natürlich die Mousetrap von Agatha Christie, der seit dem 25. November 1952 durchgehend in London aufgeführt wird. Ich habe alles gut verstanden und mochte den etwas angestaubten Charme. Ihr könnt auch einfach mal prüfen, was im Sandler's Wells Theater läuft. Ich war hier in Carmen La Cubana und total begeistert. Tickets findet ihr hier in diesem Theater bereits ab 15 Pfund. Insgesamt ist das Angebot an Musicals, Theater und Tanz unglaublich vielfältig und es wäre schade, es nicht zu nutzen. Eine gute Informationsquelle für alle nur erdenklichen Aktivitäten unterschiedlichster Art ist die kostenlose Zeitschrift Timeout, die einmal wöchentlich in der Tube verteilt wird. Die Infos findet ihr aber auch online und wie üblich habe ich den Link zu Timeout in der Infobox hinterlegt. Dann habe ich zum Schluss noch eine Empfehlung zur günstigen Fortbewegung. Nutzt doch einfach mal eines der Boris Bikes oder Santander Cycles von dem 2010 in London in Betrieb genommenen öffentlichen Fahrradverleihsystem. Im August 2017 umfasste das System mehr als 11.500 Fahrräder an über 750 Stationen. Einen Link mit weiteren Infos habe ich ebenfalls in der Infobox hinterlegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017